viele einfach nicht sich nur eine so eine flache fläche machen und darauf die hausbaut ich finde es cooler wenn man so mit dem terrain baut oder das gibt mein haus jetzt bisschen zu übertrieben aus du musst es an den seiten links und rechts noch ein bisschen ausbauen dann ich habe das dach jetzt erweitert da müsste aber sein haus da müsste sein haus wieder umbauen weil holz zu füllen der magma ob es sich gut wird der beliebt hätte lieber das beste nicht der scheiß das wenn man nicht so man muss sich ganz gut von mit diesem glas doch wo ich dann das wasser drunter fließen gelassen habe. Ich weiß nicht, wo wir mich reden, oder? Was? Ich habe leider nicht zugehört. Ich habe diesen Zauberturm nicht mal gebaut. Ja, ich habe auch nicht so stark den Let's Play verfolgt. Ja, ich möchte schon. Oder ich weiß nicht, ob ich so gut geladen habe. Ich könnte das noch eine Folge hochgeladen, könnte das sein? Nein, ich hatte drei. Echt? Ich habe viel aufgenommen und ich habe, glaube ich, wenig hochgeladen, weil es extrem lange gedauert hat, immer hochzuladen. Oh ja. Du sprichst gerade mit jemandem, der sich daraus könnte. Das ist einfach nur Zeitaufwand, nicht wegen dem Let's Play an sich, sondern wegen dem Video rendern und Video hochladen. Oh ja. Das wissen die meisten gar nicht, wie hart das ist. Dann heißt es von wegen so Let's Player, ja, die... Easy Money und so, genau. Easy Money getting all the bitches. Das ist extremst zeitaufwendig, Alter. Ja, nicht so extrem, aber es macht halt, wenn es ja Spaß macht, ist es halt... Vor allem, du kannst es von zu Hause machen, heißt, du musst nicht irgendwie zur Arbeit fahren, wenn du davon jetzt... Ja, wenn du davon auch noch Geld verdienst, ja, das ist halt aber auch nur die Sache. Wenn. Das kann nicht so einfach. Und dann finde ich auch, sollten sich Leute nicht beschweren, dass irgendwie ein YouTuber mal für eine Woche nix hochlädt, weil er gerade irgendwas Wichtiges machen muss. Ja. Das ist halt so. Aber was willst du zu machen? YouTuber ist halt einer von den Berufen, wo du im Grunde das machen musst, was die Fans wollen und... Nee, musst du nicht. Die Fans mögen dich nicht darum, weil du das machst, was sie dir gesagt haben, sondern weil die irgendeinen Content machen, wie sie interessiert. Und ich meine, manche mögen dich ja auch nur wegen wegen deinem Commentary-Style oder wegen deinem wie du Sachen let's playst. Ja, gut. Ich mag dich nur wegen deinem Geld stören. Ich weiß. Wenn ich bedenke, wie viele Skins ich dir schon gekauft habe, Marvin, ey. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich habe dir schon mehr Skins gekauft als mir selber. Das ist eine Skin-Hure. Keine Skin-Hure. Der geht immer so rein, sagt zu ihr, ich bin ein Kind, hat auch einen Mädchennamen. Ja, es ist Masavinia. Masavinia! Jalapeno! Habt du gerade Jalapeno? Stefan kann echt keine Lyrics. So schlimm. Das wäre jetzt der Ultimo. Peinlich halt einfach. Du merkst es dann so in der Hälfte, wo du anfängst zu singen und dann machst du auf. Was singen? Dadurch wird es nur noch peinlicher. Was singen? Ich kann doch gar nicht singen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich singe nie. Ich hab dich noch nie singen hören. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich hab sogar Gesangsanhörig. Was, Max? Davon weiß ich jetzt echt nichts. Ich weiß nicht. Ich bin der Wahregen. Ja, ja, doch. Ich weiß noch mein Leben. Passiert. Ich auch. Seins oder deins? Ich hab dich im Ernst im Dach verbaut. Geht's echt? Hey, wie hast du dich beim Dach verbaut? Ich hab eine Reihe zu viel gemacht. In der Mitte. Ja, ja gut. Das ist jetzt natürlich nicht so gut und nicht so einfach zu fix. Kacke Wurst, Alter. Marvin, ist der Grund zu hart? Das kommt sicher nicht gleich. Bei mir läuft das so stolziert so ein Kaninchen über meine Ding. Mein Terrarium. Über dein Ding. Immer mein Terrarium. 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 Da schläufst du ja über mein Terrarium. Oh, Leute, wollen wir nicht mal Terraria? Let's Playen oder so. Ja, Lukas macht das sehr gerne. Alter, yo, ich war... Du warst Level 20, ich war Level... 7. Was? 7. Deswegen bin ich auch so oft gestorben. Du Peasant. Peasant? Ja, Peasant. Alter, das sieht echt aus, als wäre das ein Dorf, Lukas. Du hast ja sogar Sachen angebaut, ey. Willst du mich verarschen? Yo, was hast du gegen meinen Baustil? Ich mag den. Der ist cool. Voll Choral, Alter. Wer von Mojang hat das bitte programmiert, dass Tiere einfach aufhören, dir zu folgen nach einer Zeit? Wieso, wieso, wer macht sowas Böses? Ja, der war bestimmt ein richtiger Hurensohn. Jetzt kriegen wir gleich eine Anzeige. Stefan, du hast schon wieder damit... Ja, aber das ist einfach, das ist einfach die Wahrheit. Ja, nein, aber das geht wirklich auf den Sack. Halt, du, du, du. Das andere sollte sich Leute zu beleidigen. Hey, sei froh, dass es Minecraft überhaupt gibt. Aber trotzdem, was soll das Typ, der das gemacht hat? Okay, das war doch nicht so hart, das zu fixen, die ich mir vorgestellt habe. Weißt du, du kriegst fast einen Nervenzusammenbruch und dann so, ach, war doch nicht so schlimm. War doch alles easy. Gigi, easy. Yo. Akkorde, du bist ein Genius, ey. Das ist von meiner Scheune und die wollen nicht mehr folgen. Erde, 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 Erde. Äh, Baum, Baum. Redstone, Eier, Sand. So viel Scheiß? Max, seine Einkaufsliste. Redstone, Eier, Sand. Nagelöffner, Spaghetti. Tja, stell weniger Rauchen, würde ich mal sagen. Das war, das war, ich weiß nicht, was du meinst. Oh, das ist ja nicht so, das ist Swag aus, aber wo finde ich diese Bäume hin? Okay, genau, aber die Bäume muss wieder kurz Bäume fern gehen. Geil. Bester Minecraft, 10 out of 10. Das ist gut, warum wir gehen. Ja, ich habe gar was cooles herausgefunden. Ja, dafür würde ich, dafür brauche ich jetzt helles Holz. Okay. Aber wird es schon wieder dunkel? Oh ja. Oh ja. Hauptsache mal, äh, Holzhacken gehen in der Nacht. Gar nicht scary oder so. Gar nicht creepy. Oh, da läuft der raus in die Welt hinaus, der Stefan Knauer. Vor allem, der ist keiner wirklich die Namen verwendet. Was für Namen? Die Gamertag-Namen, warum? Warum? Nein, ich finde es strange. Das ist so, hm, hm, hm. Wie soll ich das machen? Ja, halt, ich sehe da nicht den, wirklich den Sinn dahinter. Vor allem die Leute wissen nach einer Zeit, wer wer ist. Ich meine, das klappt ja bei anderen Netzplayern auch, die in der Gruppe Netzplay. Weil ich eigentlich gesagt habe, niemanden kenne. Ich meine, ich, ich habe euch nur nie mich peixleweixle. Ich nenne dich immer, ich nenne dich immer, ich nenne dich immer peixleweixle. Nenne dich immer Pixie. Ey, ich flieg mal kurz, ich, 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 ich mach mir mal kurz Gamer oder nicht, ich flieg kurz um mein Haus, ich will wissen, wie das aussieht. Oder Lukas, weißt du noch, wie der eine... Sagt uns einfach nicht, das sieht doch eh keiner. Sagt einfach nicht, mach einfach. Oder Lukas, weißt du noch... Warum fliegst du? Lukas, weißt du noch, wie der eine, die ich damals einen neuen Pixel-Dick genannt hat? Und du warst jetzt schon der Jungler und hast dann gesagt, ja, oh, no, Gangs from Mudlane. Das war... Und dann war ich der Adi-Carry, man, das war nicht so sexuell.